Ooooooooooooh Oh Oh, da kommt gleich der Flanker an Haben wir irgendwo ein Fahrzeug? Äh, sieht... Ah, da drüben ist eins Ah, wo ist der? Nein! Ah! Nein! Geh weg! Gut Och nö Ich sitz... Angeschütz So, wo geht's denn hin? Ich würde sagen, er fährt zu... Kann jemand gucken? Ich würde sagen, er fährt zu... B Meinst du? Es könnte sein... Oh ja, B ist gerade... Ne, er fährt nicht zu... B, wo fährt er denn hin? Toll So, ich hab's Auto, wo wollen wir hin? Zu B Okay Er ist ausgestiegen Wollen wir wechseln? Können wir machen? So, yes Jetzt nehme ich hier der... Der Driver Ja, immer der Driver Da ist er... Als Fahrer ist er gut geeignet Und da oben sehe ich schon wieder die ersten... Minen Das Gebiet gesichtet! Panzer! Da, haben... Nein Ersten Gegner eliminiert, der hätte uns gefährlich werden können War ein Engineer Da weiß man ja nie, ob er das Moor mal auspackt Obwohl es Moor... Ne, wir haben die APG Da bin ich durch Können wir nicht erstmal hier stehen bleiben? Flag Captain Ja, komm Erstmal ins Haus Bisschen hier Ist doch niemand Bisschen geschützt sein Bisschen geschützt sein Oh ne, jetzt kommt jemand in die Fahrt zurück Wollen wir dann auf zu A weiter? Ja, aber erstmal hier die Flag noch Waaaah Oh Ja Ich bin so blöd War... Nicht ganz so gut Aber ich glaube ja, der hat gleich den Nächsten hier mitgenommen Hoffentlich werden wir in die Zone über einen Panzer zu sehen Denn da haben wir uns ja etwas drauf vorbereitet Ja, Panzer wäre da nicht schlecht Ja, ich bin schon wieder da So, du sitzt schon drin? Ich bin immer direkt wieder am Sitzen Weißt du Die Samer muss aber andersrum Fahr mal Fahr mal Ah, da fährt er über E Das macht er ja gerne mal Ja, nee Ich mag das mit dem Typ nicht An der Tankstelle vorbei Ja Schnell mal auftanken die Karre Ja So Soll es jetzt zu A gehen, oder? Ja So, da fahren wir hinten rum Au Au A stone A stone in the way Äh, jetzt? Da oben ist Ein Kilihopter Ein Kilihopter Oh, wir wurden glaube ich gerade schon wieder beschossen Da hinten kommt ein Fahrzeug, siehst du das? Ja, hab ich gesehen Da kommt auch ein Panzer Schnell weg Der sollte uns nach Möglichkeiten nicht unbedingt... Darf ich ihn schneller rechts, rechts, rechts fahren? Wenn er uns hier nicht unbedingt zieht Oh, da kommt noch einer Super Schnell Fahr, 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 fahr Oh Gott Der hat uns im Visier Der hat uns im Visier... Ah, der hätte uns fast getroffen Ach ja, da hinten sieht er uns dann ja Dann fahren wir da kurz zu weh Naja, lieber Ist mir auch... Ist mir auch recht, ja Aber wenn da zwei Panzer sind Ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr gering, dass hier noch einer ist Das stimmt Noch mehr Panzer Dürfen sie nicht haben Also wenn sie bei uns wieder Klauen waren Weißt du von wo? Also von beiden Seiten haben sie mich Ja, mich irgendwie auch Ich seh nur grad nicht Wo hier die Gegner... Siehst du sie? Ne, mir haben wir die Ferse erobert Hast du... Ich hab Schüsse gehört Die waren nicht von mir Hier vor uns Im Auto Also... Und daneben also... Ich hab zwei geholt Ja Der ist jetzt... In dem Haus drüben dort was so groß offen ist Und ein großes Tor hinterm LKW Ah verdammt! Nein! Der hat mich mit der Armbrust Der Armbrust... Musste nachladen Da... keine Chance... keine Chance in dieser Situation Schon wieder diese Armbrust Mensch... Ja, die ist... Die... Die... Fasch auch am Armbrüste Ja... Oh... Servus... Ja, ich bin immer direkt wieder drin Direkt mich mit Punktenfüttern So... Ob die Panzer noch da sind? Hm... Ne, glaub nicht Warum liegen denn hier Bäume? Äh... Uh... Ja... Großes Fallsterben momentan hier hinten Oh, hier wird gerade erober Da müssen ja auch Gegner hier sein Ja... Ist mir allerdings... Nicht gerade recht Komm Pantooo! Ja, der ist von uns Da bin ich ziemlich froh drüber Aber langsam gehts hier drüber Na toll Keine Punkte gekriegt War dann gegen... Egal... Ist jetzt... Ist jetzt egal Ach ja... Fahr mal weiter Der Vater? Hat uns nicht gesehen? Ja, der war links von uns Hat uns, glaub ich, nicht gesehen Hoffe ich zumindest Sonst... Haben wir hier wieder Probleme? Äh... 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 Bist auch noch genauer? Oh, wieso schieß ich denn nur noch vorbei? Ah... Der APG hat nicht getroffen, schade Soll ich mal die äh... Ja... Ja... Der hat auch nicht getroffen 3... 2... 1... Bin da... Oh oh... Ja... Wirklich? Ja. Du lebst noch, aber er kommt auf dich zugefahren, aber er sieht dich. Er weiß nicht, dass du da bist, glaub ich. Also bleib mal noch kurz in Deckung, dann komm ich nämlich auch mit da. Ich bin in Deckung, ich weiß noch grad nicht. Javelin hab ich ja noch nicht. Müsste aber eigentlich bald kommen. Wo ist er? Steht genau hinterm Berg, ja. Verdammt, genau in den Kopf rein. Hä, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Jetzt sehe ich den Pratzer nicht mehr. Der ist, äh, ja, ein Stück weg von dir jetzt wieder. Auch vor dir. Ja, ich seh ihn noch so halb. Das ist ein guter Vorteil, den wir haben, wir können ja hier rumlofen. Da hinten ist er. Stimmt, wir sind ein bisschen mobil, ne? Ja! Nee, das ist Quatsch. Ich dachte schon, ich hab einen Panzer. Oh, und da hat er mich direkt wieder getroffen. Aber wie präzise der mich auch trifft. Jetzt getroffen, getroffen, getroffen. Ja, der hat nicht mehr allzu viel, der brennt ganz schön. Ah, der ist... Hat er sich. Ich hätte die Stellung wechseln. Ah, der. Ja, dann müssen wir jetzt mal mit dem Panzer ankommen. Hast du Panzer? Was machen denn unsere Leute hier? Fahren hier grad Kreise. Nee, äh, kein Panzer. Ich hab weder Panzer noch Fahrzeug hier. Ist gar nichts da. Nicht starr hier. Nicht starr. Da steht ein Flanker. Hm, dann nützt das nur jetzt nichts. Hm, und was macht der hier? Hast du... Was ist denn der denn? Ja, ja, er fährt runden. Weinsteigen? Nee. Nee, er fährt nur hier blöd runden. Nee, die schaffen wir auch nicht. Da ist ein Fahrzeug. Ah, da ist eins. Sehr gut. Juuu. Hey, hey. Ich spreng dich auf Freutchen. Immer komm ich zu spät. So. Wo soll's hingehen? Drift da gelangt? Oh, ne. Ach, was? Oh. Auf zu hupen. Ach, ich, ja. So. So. Mal irgendwie repariert. Mit dem Schweißbrenner hier. Reifen aufgepumpt. Willst du wieder in den Geschützstand? Sonst... könnte es... Oh, ja. Backstall mal wieder hoch. Ob der Panzer noch da ist? Weiß es nicht. Also, einen habe ich links noch gesehen. Der ist glaube ich auf der Straße oder so. Aber so... Einer ist ganz hinten bei B. Aber war da nicht gerade ein Schult? Ja, da hatte ich auch gedacht. Ach, ne. Das ist die komische Stütze. Na? Weißt du, was man manchmal machen könnte? Ja, kaputt reparieren. Hast du klingt? Das ist ein Kampfunfähig gemacht. Sehr cool. So, na, na. Wieder in die Karre hier. War das in die Karre? Ja. Hier. Ah, hier. Oder? Juhu. Rein in die Kiste. So. Das hat funktioniert. Ja, natürlich. Der war ja schon ziemlich eingeschleitert. Wollen wir mal aussteigen und zu Fuß? Kann man machen. Weil sonst sind wir ja so ziemlich großes Ziel. Und? Hab ich. Flanker. Da ist einer mit einem Fallschill. Boah. Hier ist ein Heli. Ja, ja. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh Gott. Will den Panzer. Ich will den Panzer. Hast du den? Nee, noch nicht ganz. Jetzt. Jetzt. Ich bin reingesprungen. Wohin bekommt einer. Hab ich. Fahr einfach zurück. Ja, hast du. Warte, ich bin, wenn ich weg war. Hinter uns ist ein Panzer. Fahr mal schnell um. Dreh mal den Panzer um. Da war ja gerade jemand, der mit C4 auf. Oh, wir sind hier auf Einzelschuss gestellt, aber es war gar nicht so schlecht. So, wo bist du jetzt? Hier. Ich bin, ah, Lenker und Panzer. Ja, das ist voll. Der Heli, der Heli, der Heli. Heli macht hier ganz schön Abriss. Kommt er in den Bach. Erstmal. Erstmal Entdeckung. Juhu. Er rastet hier gerade richtig aus. Das Ganze im Tilburg最後 ist verblemer, und ist einfach fast übersteil. Wir haben hier Bonjour��usstatt. Es gibt desse Hinjungsщiffläck,